Ihr dürftet bis um 12 Uhr über euren Lieblings-Osterwitz abstimmen. Es gefreut mich narrisch, dass 113 Personen mitgemacht haben und ich darf jetzt das Ergebnis bekannt geben. Also auf Platz 5 landete mit 8% eigentlich mein Lieblingswitz, nämlich der Witz von Josef von Arimathea mit dem Grab. Auf Platz 4 landete mit 14% die Schlachtschüssel. Auf Platz 3 landete mit 22% der Witz über Pontius Pilatus und den Osterspeisen auf der Baustelle. Und jetzt wird es spannend, ist es jetzt entweder der BMW-Witz oder der Landschaftsgärtnerwitz, der auf Platz 2 und Platz 1 landete. Also auf Platz 2 landete der diesjährige Osterwitz, nämlich der Landschaftsgärtnerwitz mit den drei Handwerkern mit 27%. Und allen davon gefahren ist der BMW-Witz mit 29% und den haben 33 Personen gewählt. Und diese 33 Personen sind jetzt in diesem kollekten Körbchen. Das brauchen wir ja momentan eh nicht in der Kirche. Und aus diesem Körbchen werde ich jetzt einen Sieger ziehen oder die Siegerin. Und mit der oder mit ihm werde ich dann zum Essen gehen, zum Italiener, zum Griechen oder etc. Okay, ich mache mir Augen zu. So, jetzt machen wir den mal auf. Und gewonnen hat eine Dame aus Deckendorf, aus meiner früheren Verreise, St. Martin, nämlich die Pia Stern. Lieber Pia, ich freue mich, wenn wir miteinander zum Essen gehen. Und du darfst auch gerne deine Geschwister, deine zwei Brüder und deine Eltern mitnehmen. Ich glaube, das wird ein schöner Abend. Vielen Dank fürs Mitmachen und euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bowen wir jetzt. Bis zum nächsten Mal.